hallo c'est du Opa im Disneyland des Hopperies, ich stehe hier im Main Street Motor Shop in der Main Street vom Disneyland Park und ich zeige euch jetzt mal ein paar Angebote hier 30% auf die Promotion Aktionen Paris Tink Gold, also eine Promotion 30% Rabatt ab sofort bis zum 6. Juli Paris Tink Gold, das sind diese Artikel hier zeige ich euch nochmal genau 59,99 war der ursprüngliche Preis für diese Jacke der Reißverschutze hakt ein bisschen, das macht nichts Tinkerbell hinten noch hat zum Rücken also gibt es von kleinen Größen von XS bis XL, vielleicht auch noch XXL, nein bis XL, so wie es aussieht hier reicht ja wohl auch bei den Mädels, so pass mal auf hier ist nochmal ein T-Shirt, ein schwarzes Shirt mit goldenem Aufdruck das hat 45,99 gekostet 35,99 für dieses Shirt ehemals so und 44,99 dieses Oberteil hier schon mit Stern drauf, Tinkerbell vorne vor dem Eiselturm also wie gesagt, hat gekostet 44,99, jetzt auch minus 30% die Kondition Paris Tink Gold also eigentlich alles von Größe XS bis XL vorhanden für jeden was dabei, also für kleine und für große Mädels oder Jungs, wie auch immer das tragen möchte ja also dieses Angebot hier im Main Street Models Shop im Disneyland Park, vom Disneyland bis zum Paris und von hier verabschiede ich mich jetzt bis dann euer Düsseldorfer Ciao jetzt bin ich wieder im Licht Tschüss